Hallo allerseits und willkommen bei 1000 für den Imperator und heute einem Versuch, etwas Neues auszuprobieren. Heute spreche ich nämlich nicht über etwas, was schon passiert ist, sondern über etwas, was mich wirklich freuen würde. Und zwar einen neuen Black-Templar-Kodex. Ich selbst bin nach der fünften Edition eine Weile aus dem Hobby ausgestiegen und erst jetzt quasi pünktlich zur achten Edition wieder zurückgekehrt. Mir gefallen die Regeln, die Geschwindigkeit und die generelle Leichtigkeit der aktuellen Edition und mich hat auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die Dark-Imperium-Box und die Werbestrategie von Games Workshop zurückgelockt. Jetzt gab bzw. gibt es immer noch ein großes Problem für mich. Meine alte Armee, die ich persönlich hart liebe, basiert nämlich auf Sigismunds Idee, einfach 8000 Fanatiker auf Kriegsschiffe zu packen und den Crusade im Namen des Gott-Imperators für die Ewigkeit fortzusetzen. Ich spiele Black-Templar. Aus dem Index heraus war das alles irgendwie noch überhaupt kein Problem, denn für mich war klar und ziemlich selbstverständlich, dass die Black-Templar, wie ich es eben aus den alten Editionen gewohnt war, einen eigenen Kodex oder zumindest so etwas ähnliches wie den Kodex Armageddon bekommen würden. Ihr wisst, worauf ich raus will. Wir sind jetzt anderthalb zwei Jahre in der achten Edition und es ist kein Black-Templar-Kodex in Sicht. Ich muss gestehen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es unmöglich ist, eine Black-Templar-Armee zu spielen. Die Strategäme und die besonderen Charaktermodelle zusammen mit den Crusader-Squads sind für mich eine gute Möglichkeit, eine Space-Marine-Nahrkampfarmee aufzustellen und das Sword Brethren Detachment in Vigilis Defined hat jetzt auch nicht gerade geschadet. Ein bisschen fühlt sich meine Armee schon an wie früher. Aber, und ihr werdet schon gemerkt haben, dass ich persönlich kein großer Freund davon bin zu nörgeln, aber trotzdem würde ich mich über einen Kodex Armageddon freuen. Denn momentan ist zwar alles irgendwie okay, wenn man Hellbrecht, Grimaldus und den Empress Champion zusammen mitnimmt, aber sobald ich die besonderen Charaktermodelle weglasse, wird meine sehr coole Nahkampf-Mähdrescher-Armee mit Stärke 5 und auf 6er explodierende Attacken zu einer, naja, plötzlich arg schwachen Nahkampfarmee, die sich eher wie suizidale Ultramarines spielt, die wirklich besser damit beraten wären, den Feind schön auf Abstand zu halten. Ich selbst habe versucht, um das Problem mit Beschusseinheiten in mittlerer Reichweite so ein bisschen herumzuarbeiten. Ich habe Aggressoren und Vindicator-Panzer genommen, so dass sich die Spielweise jetzt nicht ganz un-Black-Templarig anfühlt und ich spiele durchaus auch mal gewinnen kann, wenn es gut läuft. Aber wenn ich auf die Kodizes von Blood Angels und Space Wolves schaue, dann werde ich schon ein bisschen traurig. Denn offenbar klappt es ja, eine Space Marine Nahkampfarmee zu spielen. Nur Sigismonds top-motivierte Söhne haben offensichtlich, ich weiß nicht, vergessen sich passend reinzusteigern? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind das hier meine Top-Gründe, warum es cool wäre, einen Black-Templar-Kodex zu haben. Oder warum es cool wäre, wenn Games Workshop einen machen würde. Nummer 1, die Story. Die Black-Templar sind gerade auf der Suche nach Gaskul, Makuruk, Traka und durchstreifen mit Kommissar Jarrick die Galaxis und das ist super. Oder es war super. Es war auf jeden Fall gut genug für Armageddon. Aber jetzt, da der große Riss passiert ist, Kadia gefallen ist und einige Black-Templar auch bei Gilements Erhebung dabei waren, würde ich mir wünschen, dass diese Storyline der aktuellen Entwicklung auch angepasst wird. Tatsächlich hatte ich große Hoffnung darauf, als der Kodex Orcs rauskam, dass Gaskul zu einem Prime Orc wird und dass tatsächlich diese Gefahr, die von ihm ausgeht, so konkretisiert wird, dass man sagt, okay, es macht total Sinn, dass Helbrecht große Teile der Ressourcen seiner Black-Templar darauf verwendet, diesen Orc zu bekämpfen. Aber da das nicht passiert ist, kommt es mir gerade so ein bisschen so vor, als, ja, ich weiß nicht, hätte Helbrecht irgendwie das Ziel aus den Augen verloren und würde sich nicht um die Verteidigung des Imperiums kümmern, sondern jemanden jagen, der eigentlich gerade gar nicht so die krasse Gefahr darstellt. Insofern, für mich wäre es großartig, wenn die Black-Templar sich nicht nur mit irgendwie 100 Space Marines an der Verteidigung von Vigilis beteiligen würden, sondern tatsächlich aktiv in die aktuelle Story mit, ja, eingreifen würden und das durch einen eigenen Kodex dann auch beschrieben werden würde oder ich überhaupt mal erfahren würde, was sie gerade so tun. Mein zweiter Punkt sind die primare Space Marines. Ich habe die neuen Modelle jetzt einfach gekauft, schwarz angemalt und integriert, weil ich Lust habe, primare Space Marines zu spielen. Ich finde die Story okay bis cool und ich mag die neuen Einheiten ziemlich. Aber ich kann mir um ehrlich zu sein, beim besten Willen nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat, als, ja, die primare Space Marines das erste Mal auf die Black Templar getroffen sind. Wenn ich mir jetzt so den typischen Primaris Marine mit Rogel Dorns Gensaat anschaue, der am Indomitus Crusade teilgenommen hat und unter Gilliman gekämpft hat, dann ist das irgendwie ein sehr, sehr stoischer Imperial Fist, der echt irgendwie den Wert von Taktik und Strategie und Verteidigungsstellungen und ich weiß nicht, Grabenbau so ein bisschen verinnerlicht hat. Und jetzt werden diese Space Marines genommen und an die Black Templar verwiesen und zack, sollen sie plötzlich fanatische Zeloten sein. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen einfach. Ich würde mir hier von Herzen einen Weg wünschen, wie die primare Space Marines saubere in die Black Templar integriert würden und das vielleicht auch irgendwie mal, ja, beschrieben wird oder Games Workshop da in den Gedanken drauf verschwendet. Genauso braucht es meiner Ansicht nach dringend eine Regelung für einen Empress Champion im Primaris Format. Zum einen, weil das alte Modell neben den aktuellen Primaris Space Marines echt, naja, winzig und ein bisschen lächerlich wirkt, aber auch, weil wenn man diese Primaris Space Marine Sache als Black Templar annehmen soll, dann gehört der Empress Champion für mich da zweifelsfrei dazu. So, Grund Nummer drei und ich weiß nicht, ob das ein Grund ist oder was, was mich traurig macht, aber Helbrecht. Ich sage es nicht gerne, denn ich liebe Helbrecht als Figur. Ich habe diesen, diese, im Audiodrama diese Zeile, wo er Grimaldus so ganz bösartig dieses Die Well hinterherwünscht verinnerlicht und manchmal, wenn meine Freunde den Raum verlassen, nicke ich ihnen episch zu und sage, die Well und ja, keine Ahnung, ist vielleicht eine etwas seltsame Angewohnheit, aber so sehr liebe ich High Marshal Helbrecht, aber es ist Zeit für den Heldentod. Helbrecht ist für mich ein Relikt alter Editionen und wenn wir die Black Templar in eine neue Primaris Space Marine lastige Zeit bringen wollen, dann muss er sterben. Helbrechts ganzer Charakter ist für mich viel zu stur, grausam, gewalttätig und konservativ, um die von Games Workshop aktuell geführte Storyline zu tragen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Helbrecht die Wandlung in einen Primaris Space Marine mitmachen würde oder sogar ganz offen sagen würde, ach ja, hallo liebe Primaris Space Marines, kommt rein, ach übrigens bitte erzählt niemandem, dass wir in Wahrheit aus 8000 Space Marines bestehen und nicht aus 1000, wie Gilliman es vorgesehen hat. Hier wäre eine neue Figur. Klar, vielleicht ein Primaris Space Marine oder vielleicht sogar, und das könnte ich mir wirklich großartig vorstellen. Grimaldus, der nach Helbrechtstod die Wandlung in einen Space Marine, in einen Primaris Marine durch den Rubicon Primaris zähneknirschend akzeptiert, einfach zeitgemäßer und würden die Story auch besser vorantreiben. So, Grund Nummer 4, keine Ahnung, ich hoffe irgendwie Chapter Master Valric hört das hier, der ist ja was das YouTube-Dasein angeht, so ein bisschen ein Vorbild, einen Primark für die Söhne Dawns. Als Gilliman zurückkehrte, habe ich die Hoffnung gehabt, dass Rogel Dawn schnell folgen würde und je länger es dauert, desto mehr verliebe ich mich in die Idee, dass Rogel Dawn über Jahrtausende seiner Abwesenheit immer fanatischer geworden ist und von der Last seiner Sünden erdrückt, begonnen hat, seinen Vater als so eine Art Gott zu verehren und Sigismunds Platz als Champion des Imperators einnimmt. Alleine die Vorstellung, wie der alte Mann mit einem riesigen Kettenschwert ganz in schwarz gekleidet, an der Spitze einer Black-Templar-Armee zurückkehrt und den Kampf um das Imperium Nihilus aufnimmt, macht mich fröhlich. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber man darf ja vielleicht noch träumen und Alicera ist, why is it cool, das wäre für mich so das große coole Ding, über das ich mich sehr freuen würde. Mein letzter und wichtigster Grund aber, warum es cool wäre, einen Codex zu haben, ist, und das habe ich anfangs schon so ein bisschen angedeutet, selbst für mich, und ich bin ja immer derjenige, der sagt, narrativ über Effektivität, dass die aktuellen Regeln es nicht machen, dass sich meine Armee wie eine Black-Templar-Armee anfühlt. Wenn ein neuer Codex rauskäme, würde ich mir wünschen, dass es Nahkampfaggressoren mit Sturmschilden gibt, Intercessors, die tatsächlich wissen, wie man ein Kettenschwert bedient, eben nicht nur der Sergeant, sondern alle, und einen Crusader-Repulsor, Ancients, die, ja, Energieschwerter statt Fancy Bolt-Gewehren haben, und so weiter und so fort. Ich will die Idee zurück, dass eine Black-Templar-Einheit die Verluste erleidet, auf den Feind zustürmt, statt Space Marines zu verlieren. Und all das wünsche ich mir so schnell wie möglich. Weil momentan ist es wirklich schwer, Black-Templar ohne spezielle Charaktermodelle so zu spielen, dass sie sich auch wie Black-Templar anfühlen. Ich weiß, dass Games Workshop gerade hart beschäftigt ist, aber die Spielerschaft der Black-Templar hat eine erstaunliche Treue bewiesen, obwohl offenbar eine Durststrecke von immerhin mittlerweile zweieinhalb Editionen hinter ihm liegt. Ich würde mich freuen, wenn diese enden würde und ich nicht ständig neue Wege finden müsste, um das Problem, dass ich meine Black-Templar wie Ultramarines spielen, herumzuarbeiten. So, das war es von mir. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Versuch von Why is it cool etwas anfangen. Ich freue mich über eure Gedanken. Macht's gut und bis bald. Vielen Dank.